Zwei Möglichkeiten, was mit unserem Lager passiert, interessieren uns heute. Wie wir die letzten Wochen gesehen haben, soll unser Lager schlanker werden. Wir können unser Lager behalten oder wir können es an einen externen Anbieter abgeben. Hierfür hat sich unsere Leitung bereits ein Angebot eingeholt. Wir sollen jetzt prüfen, ob sich ein eigenes Lager wirtschaftlich lohnt oder wir Kosten sparen können. Wenn wir das Lager an einen externen Anbieter vergeben, hierfür sind einige Aspekte zu beurteilen, nicht nur die Kosten. Wir behalten unser eigenes Lager und sind auch selbst dafür verantwortlich. Dadurch hätten wir 24 Stunden am Tag Zugriff auf das Lager. Der Vorteil des eigenen Lagers ist, dass wir ständig Zugriff auf unsere Waren haben und wir der Produktion immer die Waren liefern können. Damit muss die Produktion nicht stillstehen. Dieses verursacht aber auch Kosten. Das Personal muss bezahlt werden und auch die Versicherungen. Wir müssen also die fixen Kosten aufbringen. Dazu kommen noch die Kosten für Heizung, Kühlung, Miete und auch die Grundsteuer für das Lager. Dieses sind zu beachtende Kosten im Lagerbereich. Eine externe Lösung wäre ein Fremdlager. Hierbei sind andere Unternehmen für die Lagerung unserer Waren verantwortlich. Wir übergeben diese komplett. Ein externes Unternehmen vermietet uns Lagerplatz. Wir können somit unser Lagerpersonal abbauen und die Kosten sparen. Dafür bezahlen wir für die benötigte Lagerfläche eine gewisse Miete. Wenn wir unseren benötigten Platz errechnet haben, können wir berechnen, wie teuer uns das externe Lager kommt. Der Vorteil ist, dass wir uns nicht mehr um das Lager kümmern müssen. Es entstehen keine weiteren Kosten, als die Miete. Negativ ist, dass wir nicht Tag und Nacht auf das Lager zugreifen können. Beide Möglichkeiten sind es wert, bedacht zu werden. Letztlich ist ein eigenes Lager für die Produktion vorteilhaft, da wir eine hohe Lieferbereitschaft haben. Ein externes Lager verursacht gegebenenfalls weniger Kosten. Die Personalkosten entfallen bei uns und Experten kümmern sich um unser Lager. Die Personalkosten entfallen bei uns und Experten kümmern sich um unser Lager. Vielen Dank.